Mein Name ist Siegfried Hartmann, bin 49 Jahre. Meine Erfahrungen mit dem Gesundheitsprogramm sind, ich habe tagsüber mehr Energie und nachts einen viel besseren Schlaf. Ich benutze das Programm täglich zur Prävention. Und ja, inzwischen hatte ich hier an der Lippe mal ein Bläschen mit äußerlicher Anwendung. Und zwar stündlich war es nach zwei Tagen fast weg. Auch bei meiner neunjährigen Tochter, die eine Schirfwunde am Knie hatte, haben wir das Programm, das Produkt äußerlich angewendet. Und nach zwei Tagen war die Wunde so. Und ja, ich kann das Programm nur bestens weiterempfehlen.